Mir fällt heute leider kein schlechter Witz ein, denn ich bin gerade erst aufgestanden, es war eine stressige Woche, deswegen gehen wir gleich sofort zu Silusim8.5, Röte in der Werbetrommel. Heute hat er mich auf den Kanal von Linky verschlagen, laut Kanalname iLinky555, aber oben im Banner steht nur Linky, deswegen sage ich auch nur, oder nenne ihn auch nur Linky. Ich bin auf diesen Kanal geschwemmt worden, er wurde mir empfohlen, hat mir gesagt, mach doch mal für den netten Herren Werbung, und da habe ich mir gedacht, ja, machen wir das, klatschen wir ihn auf die Liste, warum nicht. Dann schauen wir uns mal zuerst das Banner an, wie gesagt, Linky, Press Play, ne, ne, kann ich nicht, wenn ich hier drauf klicke, schlechter Witz, naja, jedenfalls. Und da ist ein SNES, äh, nein, NS-Player, äh, Controller drauf, lustig, und der Assassin's Creed, Mensch. Ich glaube, Ezio Auditore da Firenze. Und da das nicht sehr ausschlagkräftig ist, gehen wir noch das über uns lesen, was denn da noch steht, oder? Das ist auch nicht so viel. Gaming-Videos mit dem Link zum Außergewöhnlichen von und mit Linky. Laufende Projekte, Assassin's Creed 2 und Fates. Ich check, ich bin, muss jetzt da, ich möchte jetzt da nichts, äh, kritisieren oder so, aber der Satz da, Gaming-Videos mit dem Link zum Außergewöhnlichen von und mit Linky, gibt wenig Sinn. Ähm, ich möchte jetzt hier einfach nur sagen, ich würde diesen Satz nochmal ein bisschen überarbeiten und vielleicht noch ein bisschen schreiben, wer du überhaupt bist und was du, äh, und ja, was sonst noch so, weil das ist ein bisschen ein komischer Satz, der nicht sehr viel Sinn macht. Wenn du auf The Legend of Zelda anspielst, auf Link, müsstest du auch ein Spiel haben, das, äh, das von The Legend of Zelda ist und das hast du nicht, deswegen ist der Satz ein bisschen komisch, aber ich bin nicht hier, um zu bewerten. Ich weise jeglich darauf hin. Dann kommen wir zu seiner Person, nämlich der Linky ist eine sehr, eine sehr ruhige Persönlichkeit, der nicht am Rumbrüllen ist. Äh, äh, Situationskomik besitzt, das Spiel für sich arbeiten lässt und an vielen Stellen einfach auch mal nichts sagt, einfach mal das Spiel machen lässt und nicht alles kommentiert. So kommt der in meinen, seinen Videos rüber. Dieser Kanal könnte euch gefallen, wenn ihr jemanden sucht, der wie gesagt etwas ruhiger ist, der nicht am Rumschreien ist, der, äh, vielleicht nicht nur High-End-Chase ist, das Spiel spielt, ich will jetzt mal sagen, ich zähle jetzt fest, Noir und Assassin's Creed nicht zu dem neuesten. Äh, dann halt müsst ihr einen neuen Let's Player mögen, der noch ein bisschen jünger ist, der noch am Finden ist vom ganzen Zeug. Ähm, ja, und das war's eigentlich. Das sind eigentlich diese Kriterien, die euch gefallen könnten. Dieser Kanal könnte euch nicht gefallen, wenn ihr halt jemanden sucht, der schon etwas länger am Kommentieren ist, der immer nur den neuesten Scheiß macht, der rumschreit und vielleicht wie auf Badesalz am Rumbrüllen ist. Denn das werdet ihr hier hundertprozentig nicht finden. Dann gehen wir doch noch zu seinen Projekten, das sind noch nicht so viele, weil er halt noch etwas jünger ist. Das sind, erstens mal, ist das Assassin's Creed 2. Ich seh jetzt grad hier, Assassin's Creed 1 hat er auch gespielt, ob durch, weiß ich nicht. Das müsste, wäre vielleicht noch toll, dass du das irgendwo noch aufführen würdest. Also Assassin's Creed 1 hat er durch, wahrscheinlich, wenn ich das so sehe. Assassin's Creed 2 ist er am durchzocken. Fes Noir ist, glaub ich, so ein Indie-Spiel. Das könnt ihr euch mal reinziehen. Kenn ich nicht zum Beispiel, hab ich auch nicht gekannt. Dann Sin City mit Custom Music und dieses MM8BDM, was auch das immer ist, keine Ahnung. Ich konnte mir leider nicht alles ansehen, da ich die Woche sehr beschäftigt war. Und das hat noch Specials und Horrorgames mit Musik. Jo. Diese Projekte sind wirklich sehr interessant, macht auch Spaß. Dann war's das. Ich kann euch nur sagen, geht auf seinen Kanal, gebt ihm konstruktive Kritik und Anregungen, abonniert ihn erst, wenn ihr euch wirklich jedes Video ansehen wollt, sonst geht einfach über, Entschuldigung, ich muss gehen, weil ich erst aufgestanden bin, gebt ihm, gebt ihm erst ein Abo, wenn ihr, wie gesagt, jedes Video anschauen wollt. Das Abo-Leichen kann jemand gebrauchen, sonst einfach immer aktiv mal auf den Kanal gehen, also den Link irgendwo kopieren und oben reinklatschen und, und, und. Und ja, und da halt einfach immer noch vielleicht noch Tipps geben, wenn ihr vielleicht noch etwas seht, was ich jetzt übersehen habe, denn das ist nichts Schlimmes, denn sowas kann man eigentlich sehr gut umsetzen. Dann war's das für Silo785 und früht in der Werbetrommel. Ich möchte hier noch schnell, es tut mir leid, Lenking, noch Werbung in eigener Sache machen. Ich werde die Tage noch ein Video hochladen, wo ich mal erkläre, was die Werbetrommel überhaupt ist, weil ich voll idiot natürlich jetzt über 50 Videos gemacht habe, ohne ein Infovideo zu machen, dass man überhaupt weiß, was das für ein Format ist. Das habe ich erst gemerkt, jetzt, ich wollte das eigentlich schon immer machen, aber irgendwie habe ich es dann immer wieder vergessen. Jetzt ist es mir aufgefallen nach 50 Videos, wo mir auch jemand gesagt hat, jetzt einmal hakt es. Und ich werde dieses Video die Tage mal auch noch machen und hochladen, dann wisst ihr auch noch ein bisschen genauer, was eigentlich die Werbetrommel ist. Dann würde ich sagen, abschließend, viel Spaß mit seinen Videos, mit meinen Videos oder vielleicht bis an Dubai, der nächste, der bei Silo785 rührt in der Werbetrommel vorgestellt wird. Auf Wiedersehen.